Egal ob in einem Haus, einer Wohnung oder sogar auf Reisen. Ja, wenn es um einen stabilen Internetzugang geht, dann hat man oft dieselben Herausforderungen. Entweder der Router schafft es nicht, das WLAN-Signal in alle Räume zu bringen. Oder die Telefonbuchse ist an der unmöglichsten Stelle, nämlich da hinten. Oder das Internet ist brutal langsam. Doch dagegen kann man mit der Fritzbox 6850 5G schnell und unkompliziert etwas unternehmen. Die Fritzbox 6850 5G hilft effizient gegen lahmes Internet. Dazu wird auf eine Vielzahl von kabellosen Datenübertragungsstandards gesetzt. Klar, man kann die Box auch per Kabel an die Telefonbuchse hängen oder damit das Heimnetz via WLAN-Mesh vergrößern. Doch das Beste ist, dass die Fritzbox 6850 5G neben 3G und 4G eben auch 5G unterstützt. Das bedeutet, man ist nicht von versteckten Telefonbuchsen abhängig, sondern man kann die Fritzbox einfach dorthin stellen, wo es einem passt. Sogar im Urlaub, im Ferienhaus oder beim Camping. Man benötigt nur mehr eine SIM-Karte und eine Steckdose und schon kann es eigentlich auch schon losgehen. Und zwar super unkompliziert. Man muss die Fritzbox 6850 5G nur einmal über den Browser am Computer einrichten und schon kann es losgehen. Dank der SIM-Karte kommt man in den Genuss von 5G und extrem schnellem Internet. Und das genau dort, wo man es braucht. Sämtliche Daten und Passwörter werden automatisch an jedem Ort bzw. jeden Fleck der Erde mit übernommen. Für Online-Gamer ist das besonders wichtig, denn je schneller das Internet, desto höher die Chance, zum Beispiel eine Online-Meisterschaft zu gewinnen. Spielen muss man natürlich schon noch selbst. Doch in einer schwachen Internetverbindung kann es dann echt nicht mehr liegen. Mit der Fritzbox 6850 5G unkompliziert und einfach zu super schnellem Internet.